Ich bin Kaya, bin 16 und gehe in Cantisorsi. Wir waren in den Ferien, an der Matcha. Wir gingen dort baden. Dann ist mir mein Handy in die Fluss gefallen. Ich hatte zum Glück ein Backup. Ich war sehr froh darüber, denn ich hatte meine Fotos, meine WhatsApp-Kontakte, all das, was man auf dem Handy braucht. Das war sehr hilfreich, danach, wenn ich in den Shop gegangen bin, um mir ein neues Handy zu kaufen, dass ich all das wieder auf meinem Handy gehabt habe. Immer ein Backup zu machen, so schnell wie möglich, so oft wie möglich, damit man auch vor drei Stunden oder vor einem Tag die Fotos und Kontakten etc. alles noch auf dem Handy hat, wenn es an den Boden fällt und kaputt geht.